The Masked Singer ist in vollem Gange. Schon am heutigen Samstag steht die zweite Show der allseits beliebten Musikshow in der Primetime an. Besonders begeistert sind sowohl das Rate-Team um Ruth Moschner, 45, und Ray Gavi, 48, als auch die zahlreichen Fans natürlich von den aufwändigen Kostümen der Show. Nach der ersten Sendung begeistert allerdings nicht nur die Maskerade, sondern auch der Promi, der unter ihr steckt. Schließlich kennen die Zuschauer nun einen ersten Eindruck des jeweiligen Gesangstalents. Die Promi-Flash-Leser rechnen deshalb einem Kostüm und dem dazugehörigen VIP für das Weiterkommen in Show zwei besonders hohe Chancen aus. In einer Umfrage haben 1143 Leser abgestimmt, und mit großem Abstand sehen die Fans das Kostüm Mülli-Müller auf dem ersten Platz, was die Beliebtheit und das Können angeht. 34,1%, 390 Personen, stimmten für das drollige blaue Flauschtier aus der Mülltonne. Mit immerhin noch 17,8%, 204 Stimmen, landet die Gruppe auf Platz 2. Weniger gut schnitten der Hammerhai und der Phönix ab. Nur 3% der Leser, also 34 Zuschauer, mögen den fischigen Genossen am liebsten. 1,9%, 22 Personen, wählten den mythischen Vogel als ihren Favoriten aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017